Grüß euch, ich bin wieder aus dem Werner und ich fahre gerade Einkaufen in Hamburg mit Weihnachten und ja, war recht lustig. Und das Handy ist schon oft kalt draus. Wie viel Grad würde ich wissen haben, 3 Grad oder so. Naja, 5 Grad hat es gehabt in der Früh. Ja, da bin ich nicht aufgekommen heute. Um die Übrige Woche in der Wohnung freue ich mich schon voll und nächste Woche freue ich wieder heim zu meinen Eltern. Bis am Montag. Am Montag gibt es das Spezial, weil da haben wir heute das cooles Projekt. Und ja, auch das freut mich schon. Aber so wie ein Video machen wir dann auch. Viel Dank Heike Bernd.